Unglaublich, dass wir auf der Fashion Week sind. Ihr braucht ein Ticket, um hier reinzukommen. Hier, Madison, halte meine Snacks. Ich hole die Tickets raus. Bitte sehr, zwei Tickets für die Fashion Week. Perfekt, bitte sehr. Stopp, du nicht. Es ist kein Essen oder Trinken erlaubt. Kannst du nicht deine Ausnahme machen? Ich gehe schon mal rein und helfe dir, die Snacks reinzuschmuggeln. Warum ist eigentlich jeder gegen Snacks? Kommt schon, Snack Babys. Wir werden uns reinschleichen müssen. Oh, Fashion Week, du bist so schön. Oh wow, sie muss wohl eine Prinzessin sein. Hallo, mein Herr. Kann ich bitte eintreten? Aber natürlich, bitte sehr. Oh, sie war wirklich schön. Moment, sie hat einen ihrer Schuhe verloren. Ich muss sie und ihren winzigen Fuß finden. Oh wow, schau dir diese Bluse an. Die sieht großartig aus. Hey, Madison, du hast es geschafft. Oh ja, und schau dir das an. Ähm, das ist ein winziger Schuh. Viel mehr als das. Riech mal. Wow, es ist Schokolade. Du hast Schokoschuhe gemacht? Dieser Schuh ist so klein. Hey, Moment mal. Der riecht nicht wie ein Schuh. Ist hier jemand? Aber ich muss verrückt sein, das auszuprobieren. Oh, dieser Schuh ist echt lecker. Moment mal. Prinzessinnen tragen keine Schuhe aus Schokolade. Ich liebe Fashion Week. Und Schokolade. Ich auch. Oh, nein. Okay, dieses Marshmallow Crop Top wird auf jeden Fall durchgehen. Ich brauche nur meinen Model-Anstecker, um die Zahnung perfekt zu machen. Zeit zu zeigen, was für ein tolles Fake-Model ich bin. Entschuldigung. Wie du sehen kannst, bin ich eines der Models. Okay, gehe ruhig rein. Ja, ich bin drinnen. Oh nein, die machen Bilder von mir. Die denken, dass ich ein echtes Model bin. Nun, warum auch nicht? Ich rocke diese Pose. Hey, schaut euch diesen Model-Move an. Mh, so lecker. Wow, das sind aber viele Fotos. Was ist denn da los? Oh, du machst wohl Scherze. Sie hat Essen reingeschmuggelt. Hey, kein Essen erlaubt. Okay, diese Tarnung wird auf jeden Fall funktionieren. Ich stecke das einfach unter mein Shirt. Und diese Marshmallows verpassen mir dicke Backen. Fashion Week, ich komme. Wer ist das bitte? Sicher keines der Models. Ich will zur Fashion Week. Sicher, äh, rein mit dir. Oh nein, mein Handy. Das ist noch in der Tasche. Was? Du versteckst doch was. Du dachtest echt, dass du mit all diesen Snacks davon kommen würdest? Ernsthaft? Wie hungrig kann man sein? Okay, wir sehen uns drinnen. Hm, kein Essen oder Trinken erlaubt. Ich habe keine Taschen, um meine Süßigkeiten zu verstecken oder mein Handy zu verstauen. Hey, ich habe eine Idee. Ich öffne einfach die Verpackung dieser Schokolade und lege meine Handyhülle auf die Schokolade und bedecke sie mit dem Papier. Jetzt lege ich mein Handy wieder in die Hülle. Fertig. Jetzt sieht es so aus, als wäre die Verpackung meiner Handyhülle. Oh wow, das ist echt toll geworden. Das ist mein Handy und meine Schokolade. Hey, ja, ich bin gerade am reinlaufen. Hm, das sieht wie Schokolade aus. Warum spricht sie in eine Tafel Schokolade? Warte, Essen und Trinken sind nicht erlaubt. Oh, das ist kein Essen. Das ist mein Handy. Oh, okay, das macht Sinn. Geh rein. Ich bin so ein gutes Sicherheitspersonal. Ja, ich freue mich schon total auf diese Modenschau. Und gleichzeitig meine Schokolade zu essen. Sie ist so lecker und das sieht echt toll aus. Okay, ich bin hier. Und meine Bombo-Brille sitzt perfekt. Okay, Zeit, die Tarnung reinzusetzen. Ich musste echt viele Models rauswerfen, weil sie Essen dabei hatten. Ich bin hier für meine Show, Schätzchen. Wow, sie hat echt Sinn für Mode. Leider muss ich den Essensscanner einsetzen. Wir hatten heute echt viele Leute, die die Regel brechen wollten. Wenn es sein muss. Aber ich habe kein Essen bei mir. Fang an. Tut mir leid. Du kannst reingehen. Oh, vergiss deinen Koffer nicht. Oh, danke. Ups. Du hast mich bezüglich des Essens angelogen. Upsi. Raus mit dir, du und dein Essen. Oh, das ist so aufregend. Oh Mist, ich muss meinen Snack verstecken. Verdammt, der passt nicht in meine Tasche. Hier funktioniert das auch nicht. Vielleicht in meinem Schuh? Verdammt, irgendwo muss das doch passen. Moment, das ist die Fashion Week. Die Mode wird mich um meine Snacks retten. Ich stecke die Kekse einfach unter meinen Rock und benutze dann dieses Gummiband. Und das mache ich einfach den ganzen Rock entlang. Schaut euch das an. Mit Stoff überzogene Keksknöpfe. Und ich habe sogar welche hier in meinem Ausschnitt. Fashion Week, ich komme. Hi. Ich will zur Fashion Week. Trägst du Essen bei dir? Ich war es nicht so recht. Du siehst echt verdächtig aus. Nein, bitte schick mich nicht weg. Du kannst reingehen. Oh toll, danke. Ja, ich bin hier. Ich habe es geschafft. Oh, ich kann echt einen Keks vertragen. Und etwas Milch. Oreos und Milch sind so lecker. Wie konntest du schon einmal unerlaubt Essen reinschmuggeln? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und abonniere die Seite von 123go.school für weitere tolle Videos wie dieses. Und das ist es uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020